Oh, ich könnte das nutzen, um etwas cooles Armour zu machen. Ja, das wird mich total aus dem Mann-Droid schützen. Mein Stuhl ist fast fertig. Nachdem ich etwas Geld bekomme. Habe ich es jetzt, oder habe ich es nicht? Habe ich da jetzt gerade gefunden, was wir zu Weihnachten kriegen? Dad hat mir nie gesagt, dass er einen neuen Freund hatte. Hm, okay. Wow, Dad had fans when he was playing in high school. That's scary. So we moved because Dad couldn't pay for the house? Dad got fired? That's when he started working for the railroad. Hm. Dad used to always talk about this basketball. Oh. My. God. Dad actually got me the new Playbox. No way. Ähm, wie mache ich wieder zu? Kann ich den Schlüssel auch wieder zurücklegen? Was? Faustabdruck? Ich habe nie gesehen, dass Vater so schreckt. Es schreckt mich wirklich. Das ist nicht schön. Wenn der eigene Papa einem Angst macht, ist das nicht schön, nein. Ähm. Äh, was haben wir denn noch? Das hier ist noch nicht abgehakt, ne? Ich habe jetzt, ich habe den Umhang, ich habe eine Maske und ich habe, äh, äh, die Dings. Also müsste ich es doch eigentlich haben. Hähm. Hm. Hm. Ohicar spreading. Hm. William. Eher couchierine, er war erst wieder genau was. Ähm. Das war命ですね, physical andar. Let's go. Ja, ja. Was ist vorig a while ging? schön warm anziehen aber die superheldenklamotten trage ich noch drüber sehr cool prinzipiell ein sehr schöner tag nur was kalt wahrscheinlich böse schneemann böse schneemann zumindest habe ich den glaube ich war noch mal kurz hier auf der karte hier ja der schnee beschwörer will unsere stadt zerstören schnee räum gut erzogener junge und sohn extra bonus points bonus ich habe bonus punkte olle bonus punkte und ich habe einen garagenschlüssel meine ich mal gucken ob ich da reinkommen keine ahnung aber hast doch doch bestimmt lichtschalter klick und überall stehen die bierflaschen rum so übel dad use the padlock he wants to keep me out der kann sich doch die zahlen bestimmt nicht alle merklich sind doch irgendwo was haben wir denn da das ist das ist wo mom ging zu school bevor wir kamen hier mom ging nicht nach der Art School weil ich mich aber sie war schon ein fantastischer artist oh wow ich erinnere mich als mom drew das und dad konnte nicht stoppen Ja, ich glaube dafür bist du noch zu jung. Oh, Sprühfarbe, ich habe gerade Sprühfarbe gesehen, was ist das hier noch? Mom und Dad haben immer darüber gesprochen, wie sie in der Schule waren. Es war weird, meine Mom mit meinem Kindergarten-Teacher zu haben. Aber Spaß! Mein erstes Bild. Sieht so klein und weirrt. Vielleicht bin ich ein alien Baby. Ja, ich glaube auch. So, mal gucken, da war doch Sprühfarbe. Jetzt kann ich den Käpt'n Spirit, wie mein Schilder. Hehehe. Kaele Tschöne adviser Seでも películasense Сейчас Bose Kapitän Spirit! Ja, es ist eigentlich Kapitän Spirit zur Resilie. Und es ist Zeit, zu besuchen, die Mantoids-Homeplanet für eine Veränderung zu besuchen. Ich muss nur noch die PIN für das Handy und die Dings für das Schloss rauskriegen. Die Frage ist, uh, was ist das denn da unten? Wanderstiefel. Dad, never throw away mom's hiking boots. Hm. Good. Eigentlich hätte ich gerne das Licht noch ausgemacht. Naja, lassen wir es an. Oh, oh, da ist er. Der muss dran glauben. Ich schleiche mich an. Von hinten sieht er mich nicht kommen. I can't fight snowmancer looking like this. No fair. Oh, na gut. Oh, snowmancer. This is sad. You used to be a good anime. Look at you now. How are you supposed to train me to fight man droid like that? What can we do? Die Zigarettenstummel als Haaren sind ja wohl geil. Oh, 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 oh. In die Luft jagen. Wir schaffen dich. Und jetzt? Pff. Das erste Auge hat er verloren? Weiter so? Hm. Now the snowmancer is ready for battle. Aber, aber. Das hat nicht funktioniert. Was fehlt da noch? Now the snowmancer is ready for battle. Is er? Hm. Oh my God. The lake demon is rising. The snowmancer is also kaputt. Dad will not fix this wind because it's too dangerous to fix. What? Behold, the Flying Fortress. That's Noctarius' son. He looks like his dad. I had to rescue my old cereal bowl after Dad used it for an ashtray. Gross! That's not nice, no. Dad keeps telling me this is a girl's doll. So what? She's the ice queen. A fortress looks safe since we last talked. Sky Pirate, what's the situation since your last report? Did the storm cause any damage? No, Captain. The magnetic field protected us from any harm. We're lucky to have you. Keep up your good work. Open my secret drawer, please. Open sesame. I love watching Mom drawer comics. Pizza! Happy Valentine's Day. Maybe I can use this to read the map. Okay. Nehmen wir das doch mal mit. Now I can use this to reveal the full map to my next adventure. Okay. What have we here? Basketball cards. These are my favorite baseball players. Even if I don't understand the stats. Okay. Briefe from the school. Harry did say mean things about Dad. But I can't let him see this. This is my worst report card. I'm doing better now. Okay. Habe ich jetzt eigentlich das Ding... Ne, ich dachte ich hätte was gemacht von, aber... Ach, guck mal. Aber das hier wird immer mehr angemalt. Da muss ich wohl noch genauer gucken, ne? Habe ich wohl noch ein, zwei übersehen irgendwo. Hoffentlich verliert er nicht gleich einen Stiefel oder so, he? Klick. Klick. Musste sein. Ja, dann glaube ich haben wir hier auch alles entdeckt, oder? Ja, geh mal wieder runter. Ob wir jemals einen Weihnachtsbaum kaufen? Die haben sogar schon in einem Garten stehen da. Guck mal. Aber es geht auch bis eh nicht mehr. Also ich kann den ja gar nicht mehr bekämpfen. Ah, entweder das falsch gemacht, oder ich kann es nachher nochmal mal gucken. Es tut mir leid, dass wir nicht diese Lendenbäne benutzen. Es ist so cool. Hm. So viele Bierdinger. Okay. Das ist echt, ist das meine Spur? Ist das tatsächlich meine Spur, die ich da hinterlasse? Ich hoffe, die Eis-Giants schauen. Ich hoffe, die Eis-Giants schauen. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich hoffe. Oh. Oh-oh. Geheimer Schatz im Inneren. Jetzt gehts ab. Uh. Ah, Fantasie ist sowas cooles, oder? Nach links oder nach rechts? Geh mal nach links. Ah, ich geh wieder nach links. Und wenn ich jetzt wieder nach links geh, bin ich nicht wieder am Eingang. Ich probier's aus. Also dreimal bin ich schon links abgebogen. Aber alle guten Dinge sind vier. Mist. Jetzt haben wir nicht mehr laufen. Jetzt bin ich einmal falsch abgebogen. Ich hab nichts mehr laufen. Das ist schon witzig. Es sieht aus, als wäre es immer der gleiche Gang, durch den er krabbelt. Uh, 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 was ist das hier? Ich glaube, ich hab's geschafft. Und jetzt, was gibt's da? Was gibt's da? Was gibt's da? Mach auf, mach auf, mach auf, mach auf. Was gibt's da? Hm, Erinnerungskiste. Hm. Wer ist der Boss? Damals hatten sie noch einen Baum. Vielleicht klappt es ja dieses Jahr wieder mit dem Baum. Das war's für heute.